So, nachdem jetzt zum Glück nicht der Fotoapparat kaputt war, sondern nur die Speicherkarte, können wir endlich wieder filmen und heute gibt es die erste Wurm-Tablette. Schaut mal, Tablette für 0,5 bis 5 Kilo Entwurmung mit Bandwurm und die Apollonia bekommt die jetzt. Wir machen das nämlich immer so, erst mal freundlich und dann machen wir das Mäulchen auf, schmeißen die Tablette in den Gaumenraum hinten rein und geben dann, schaut mal heute zum ersten Mal, ein Stück Gouda. Das kennst du noch nicht, gell? Aber Käsi ist dann die Belohnung überhaupt. Schön runter essen. Ja, den Käsi, den kennen wir noch nicht, gell? Schauen wir noch mal schön, flupp. Und jetzt auch so ein bisschen hoch halten, damit der Hund keine Chance hat, als das Hund runter zu schlucken. Apollonia, du bist hartnäckig. So, die Tablette ist schon lang unten, aber der Käse, es gibt es doch nicht, dass du kein Gouda... Doch, schaut her, jetzt schlägt sie schon. Ist natürlich schon schwierig. Käse und Tablette, beides neu. Schau, Apollonia, kennst du das mal? Da kommt der Käse wieder raus. Oh, Samson, was bringst du da für ein Stück? Ich dachte schon, Kabel, dabei ist es nur ein Taschentuch. Schau mal, noch ein Käse. Noch ein Käse. Oh, da ist, schau mal, da liegt noch ein Käse. Apollonia, schau. Lecker. München auf, Käse rein. Jetzt ist er drin. München auf, Käse rein. Käse wieder raus. München auf, Käse rein. Ah, gut. So, jetzt haben wieder alle ihre Entwurmung bekommen, diesmal in Form einer Tablette. Wir tun nämlich die Tablette nicht in den Käse rein, dann sind das Künstler im Ausspucken. Wir schmeißen die hinten in den Gaumenraum rein. Stimmt's, Apollonia? Ja. So. So. So.